Was sind die Naturstoffe für neue Wirkstoffe? Wir schauen uns die genetische Informationen an, um zu erkennen, ob sie möglicherweise solche medizinisch relevanten Naturstoffe produzieren können. Ich finde ganz besonders interessant zu erkennen, was für ein Einfallsreichtum die Natur im Laufe der Evolution hervorgebracht hat und was für eine Vielfalt der Strukturen und Moleküle dann entstanden ist und auch die Funktionen von diesen Verbindungen. Ich hoffe, dass durch bestimmte Maßnahmen in Zukunft wieder neue Antibiotika entwickelt werden, damit wir nicht in eine Art Mittelalter verfallen, in der es keine Möglichkeiten gibt, Infektionen zu heilen. Amen. Amen. Amen.